Der Wettkampf ist dadurch für das gesamte Land, das heißt also von Norden nach Süden. Das heißt also wir werden jeden Tag woanders sein, werden jeden Tag woanders schlafen. Der Veranstalter hat es perfekt eigentlich organisiert. Entweder du bist in der Sporthalle oder du bist in einem Hotel. Das heißt also Duschmöglichkeiten, Versorgungsmöglichkeiten am Endpunkt und damit am anderen Morgen auch das gemeinsame Frühstück mit den Athleten ist vom Veranstalter wirklich optimal vorbereitet. Bin ich aber hier jemand der nicht unbedingt in der Turnhalle auf dem Feldbett schlafen kann. Das ist jetzt letztendlich, da komme ich nicht wirklich zur Ruhe. Gut, da bin ich jetzt beigegangen und habe mich um mein Wohnmobil gekümmert und dank der großzügigen Unterstützung, muss man wirklich sagen, da muss man wirklich froh sein, weil ihr glaubt gar nicht, wie schwierig es ist, so ein Unternehmen auch durchzubringen. Aber dank der Unterstützung von Toyota Stähle habe ich ein Wohnmobil bekommen, wo ich sagen kann, das ist ja fast wie ein Wohnzimmer. Das heißt also, das Team fährt von Checkpoint zu Checkpoint. Hier werde ich versorgt. Außerhalb dieser Checkpoints darf keine Versorgung erfolgen. Es wird zur sofortigen Disqualifikation. Das Team, also Gerhard und Carmen, die dabei sind, wissen aufgrund der langjährigen Erfahrung mit mir als Athlet eigentlich schon am Gesichtsausdruck, okay, das brauchen wir. Der braucht ein bisschen Mineralstoffe, der braucht ein bisschen säurebindendes Mittel, damit er in der Muskulatur nicht übersäuert, er braucht Kohlehydrate, der braucht ein bisschen, bisschen Energy Push, okay, der braucht Flüssigkeit, trinkt er auch genügend, ja. Carmen ist jemand, der wirklich sagt, so, du machst jetzt hier einen Zeitraster und lässt dich alle 15 Minuten von deiner Uhr anpiepsen und wenn die piepst, wirst du trinken. Und wenn du deine Flasche am Checkpoint nicht leer hast, dann rennst du auch nicht weiter. Das ist also so, wo man also wirklich in diesen Checkpoints überprüft, tut der Athlet die Anweisungen befolgen und was müssen wir tun, damit er in der Energiebilanz zum nächsten Checkpoint kommt. Sodass ich am Ende des Tages wieder zu meinem Wohnmobil laufen kann und kann sagen, gut, ich muss nicht, Gott sei Dank nicht mit fremden Athleten irgendwo in einem, in einem Doppelbett rumplagen, das bin ich jetzt so frei und sage, okay, das ist jetzt nicht zwingend meine Welt. Ich muss mich auch nicht zehn Übernachtungen in irgendeiner Turnhalle rumplagen, auf dem Feldbett. Auch das muss ich nicht. Da bin ich auch froh drum. Tschöne und ich, wir werden es like, mich und dich. Together, forever, we make this world better. Together, forever, running for our life. Musik 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 Amen.